Es ist ja hier wie im Jugendlager, da ist nie Ruhe im Schlafraum, nie ist da Ruhe. Dann geistert der wieder rum, dann steht der wieder auf. Dann wackelt der wieder mit dem Kopf. Genau hier zum Beispiel der Konstantin, könnt ihr einfach mal in Ruhe schlafen, wenn noch der Tierarzt gleich kommt. Dann ist wieder Aufregung. Schaut die wieder. Ja, ja. Kleine Cecil. Also noch mal klatschen. Vielen Dank.